Hallo, 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 liebe Muzzis. Hier bin ich wieder mit einer kleinen Solo-Folge und meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, dass das jetzt besser klingt als die letzte Solo-Folge. Es ist ein bisschen speziell, es ist nämlich jetzt gerade 0046 am Freitag, 13. Januar. Und ich lade gerade die Podcast-Folge von dieser Woche sozusagen hoch, und zwar mit Dominik Widmer. Eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich persönlich finde. Und vielleicht hören Sie es. Mein Laptop ist hart am Schaffen. Und ich habe das noch nie gemacht, um diese Zeit noch eine Solo-Folge aufzunehmen. Vor allem macht es ja gar keinen Sinn, weil ich ja gerade eine neue Folge am Aufladen bin. Das heisst, die, bis ihr die hört, ist wahrscheinlich ein paar Tage vergangen. Ich weiss noch nicht, wann ich die Aufladen, vielleicht Montag oder so. Und der Grund ist wahnsinnig egoistisch. Weil, als ich so am Podcast aufgeladen bin, habe ich so gedacht, ah, wann habe ich die letzte Solo-Folge gemacht? Ein paar Wochen her. Dort habe ich noch gesagt, ich melde mich sicher noch mal vor dem neuen Jahr. Habe ich nicht gemacht. Tut mir sehr leid. Das ist manchmal meine sehr gute Planung. Und habe gedacht, ah, aber vielleicht hat jemand eine Mail geschrieben. Und bin dann auf meinen Podcast-Mail-Account und habe gesehen, ich habe sieben Mails. Und das ist doch eher viel. Und ich habe ja mal versprochen, also versprochen, ich habe mir einfach mal gesagt, ich lese die nur im Podcast vor. Und ich kann jetzt nicht mehr warten. Ich habe jetzt auch überlegt, wann könnte ich jetzt eigentlich so eine Solo-Folge wieder aufnehmen und so. Und habe jetzt mein Kalender angeschaut. Und dann habe ich so gedacht, wieso nicht einfach jetzt? Ich nehme sie jetzt auf, dann kann ich die Mails lesen, weil ich will sie lesen, aber ich will ja auch aufnehmen, wie ich sie lese. Und das werde ich jetzt dann gerade machen. Es ist nämlich ein sehr, sehr schöner Tag gewesen, muss ich sagen. Und auch einen schönen Abend. Ersten Auftritt im neuen Jahr gehabt. Und zwar in Herzogen Buchsi. Und das ist ganz toll gewesen. Im Kreuzkeller. Sehr, sehr tolle Leute im Publikum. Und ich habe sehr Freude gehabt, weil ich sicher die Hälfte von meinem Set habe ich Neues gespielt. Also wo im nächsten Programm wird kommen. Und da sind wir auf wirklich sehr gutem Weg. Das freut mich. Und darum bin ich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen beflügelt. Weil morgen spiele ich in Rheinfelden. Und das wird ausverkauft sein. Was auch grossartig ist. Also ich habe gerade sehr Freude. Ich habe gerade sehr Freude ab diesem Jahr. Und dann kommen noch sieben Mails, die ich jetzt vorlesen will. So. Das erste Mail ist mit dem Betreff Sully Schölle. Und dann steht, hey Sully. Liege gerade auf dem Sofa nach meinem Putztag und los die Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wieder mal eine Solo-Folge gekommen ist. Obwohl ich auch immer gerne deine Gespräche mit deinen Gästen verfolge. Wie letzte zum Beispiel mit dem Wamm. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Party morgen. Und sonst eine schöne, besinnliche, restliche Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, äh, Adventszeit, Entschuldigung. Bis spätestens beim neuen Programm. Moni aka Mutsi Number One. Vielen herzlichen Dank, Moni. Das schätze ich sehr. Und das ist jetzt auch schon fast den Monat her, wo das Mail kam. Darum wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles 2023. Und ich freue mich auch, wenn wir uns dann beim neuen Programm sehen. Jetzt. Nächste Nachricht. Alles Gute und ein kleiner Wunsch ist der Betreff. Lieber Schölle, vielen Dank für deine sehr anstrengende, angenehmen Podcast. Das müsste ich eigentlich mal, das müsste ich mal auf ein Plakat schreiben. Sehr angenehm. Sie sind entspannt, tiefgründig, interessant, locker, unterhaltsam. Was will man mehr, inklusive deiner angenehm anzuhörenden Stimme? Ja, jetzt ist ja schon ein bisschen später. Aber wahrscheinlich töten sie eigentlich dann am Morgen. In der ganzen Unterhaltungskulturszene, Szene, finde ich Comedians besonders interessant. Nur schon, weil diese Kunstform, Klammer in der Schweiz sowieso, eher belächelt wird und schon gar nicht gefördert. Im Vergleich zu Musik, Architektur, Sport etc. Deshalb finde ich die Persönlichkeiten in dem Bereich besonders interessant. Das ist ein spannender Aspekt. Das haben wir während der ganzen Pandemie, wo wir hier Anträge stellen durften für Geld, weil wir ja nicht arbeiten konnten, haben wir das ein paar Mal gemerkt, dass es da so ein bisschen Unterschiede gibt zu anderen Bereichen. Weil wir eben nicht so gefördert sind, haben wir, und mit mir meine ich jetzt wirklich so gut wie alle Menschen aus der Comedy-Szene, die in diesem Bereich arbeiten, haben wir uns halt aufgebaut, dass das eben ohne Förderungsgelder geht. Und das hat dann zum Teil fast auf Missverständnis gestossen, wenn man denen, hätte man sie mit so, ich sage jetzt Behörden, um es jetzt mal grob auszudrücken, hätte man sie reden, weil die zum Teil nicht haben verstehen können, dass es mir zum Beispiel so viel Geld für Wabigus gibt. Und dann hätte man müssen sagen, mir gab es so viel Geld für Wabigus, damit dann halt auch effektive Leute kommen. Und das Geld, wo wir für Wabigus gehen haben, hoffentlich wieder reinen konnten. Und so eine Sache. Darum finde ich spannend auch Spack, dass du das jetzt erwernst. In dem Sinne weiter so und viel Erfolg. Ein Programm habe ich noch nie live gesehen, muss ich da ehrlicherweise gestehen. Meine Vorlieben liegen vor allem in der Polizatire. Wie ein Maik Müller, früher Thiel, Wäri ist auch überraschend bissig, etc. Gegebenenfalls verschlägt es dich ja auch noch bei dem einen oder anderen Act in diese Richtung. Zwinker Smiley. Ich überlege gerade, was das soll heissen. Soll das heissen, ich soll mich entpolizatieren mit dem einen oder anderen Act oder meinst du mit meinem Programm? Komm doch mal eins schauen. Polizatieren ist es nicht, aber es hat so zwei, drei Aspekte, die die Gesellschaft ein bisschen betrachten. Fröhliche Festtage und ich freue mich auf die nächsten Podcasts. Lieber Gruß aus der Innerschweiz, Pirmin. Vielen herzlichen Dank. Freue Festtage dir auch. Sie sind zwar schon durch, aber ich hoffe, du hast frohe Festtage gehabt. Und wir kommen zu der nächsten Nachricht, die heisst wie versprochen, Punkt, Punkt, Punkt. Hallo Joel, lange ist es her. Viel ist passiert. Dein Podcast ist und bleibt eine beständige Konstante in meinem Leben. Das ehrt mich sehr. Die Liebesbekundungen, die du im letzten Solo bekommen hast, kann ich nur unterschreiben. Zumal der Mailwechsel, den wir dieses Jahr hatten, eins meiner Highlights im 2022 war. Ah, ich weiss, wer du bist. Da müssen wir natürlich dazu sagen, dass effektiv, dass zwei, drei Mails gesehen sind, weil du mir nicht auf die Podcast-Adresse, sondern auf die andere öffentliche Adresse eine riesige Nachricht geschrieben hast, die mich sehr, sehr berührt hat. Und auf die habe ich zurückgeschrieben. Und dann bist du noch mit ein paar Leuten schon schauen und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich bin auch der Meinung, dass es Zeit ist, manche Dudes wieder zum zweiten oder dritten Mal einzuladen. So muss ich die Folgen von Tabu, Schelker und Dominik Widmer, ha, 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 siehst du jetzt den, der Klammer, der wäre nun gerade höchst interessant, da die Radiomoderation zu Ende ist und er im Theater durchstarten will, nicht zum tausendsten Mal hören. Siehst du nur, der Tabu ist schon zweimal gekommen und wird sicher immer wieder kommen. Der Schelker haben wir quasi erst gerade gehabt, aber wird auch irgendwann hoffentlich wieder kommen. Und Widmer, lad ich jetzt gerade rauf. Gerade jetzt. Wo habe ich das Pfeil? Oh, wir sind bei 97%. Tja, er schafft immer noch hart. Yes, das freut mich sehr, dann habe ich schon mal ein gutes Handel bewiesen. Heute lasse ich mal den Roman, wünsche dir alles Liebe, freue ich mich und freue mich auf ein 2023 mit viel Comedy und lachen, dank dir und deinen Jungs. Love, Laura. Vielen herzlichen Dank, Laura. Und jetzt sehe ich gerade, du hast noch eins hinter dir geschickt, noch ein wichtiges PS. Sorry, doch noch was. Ewig wollte ich dich fragen, welche App von Oblique Strategies hast du? Video erweist, habe ich sozusagen dank dir nun partweise einen kreativen Job und ich fand es wieder mal ein mega Moment, als du es in der Folge mit Frankie und Charlie davon hattest. Neue Wege ist so total mein Thema und da war so ein magischer Moment im Podcast, wo mir das mal wieder so von euch zugetragen wurde. Tausend Dank, einmal mehr. Welche App von Oblique Strategies ich brauche? Die offizielle sozusagen. Ich muss schnell dazu erklären, Oblique Strategies ist eigentlich ein Karten-Spiel, kann man es nicht wirklich nennen, paubt jetzt mal, aber es sind Karten. Es ist ein Karten-Set. Und es ist genutzt worden vom David Bowie zu der Erarbeitung von sicher einem Album, wenn nicht sogar mehrere. Und wird gern immer wieder gebraucht, in der Musik, eben ich habe es mal gebraucht für Comedy, dass man mit diesen Karten wie eben kreative, neue Wege probiert zu gehen. Und da gibt es einfach so Karten, die einem etwas befehlen oder irgendwie eine Aktion einem gerne oder einen neuen Denkanstoss, so Sachen. Ich finde es sehr spannend. Und es gibt eben eine App und ich habe gemeint, es gibt nur eine. Ich muss jetzt gerade mal schnell googeln. Oblique Strategies App Concept developed by Brian Eno and Peter Schmidt Das ist sie. Und das ist glaube ich die einzige, die ich hier jetzt gerade sehe. ist in verschiedenen App-Stores und sie heisst auch effektiv so. Sehr empfehlenswert für alle, die irgendetwas Kreatives machen, dass man einfach mal ein bisschen umdenkt, ein bisschen etwas Neues denkt. Vielen herzlichen Dank für deine Nachrichten, Laura. Dann kommen wir mal weiter zur nächsten Nachricht. Merch-Vorschläge. Das freut mich, das freut mich. Lieber Joel, ich habe per Zufall deinen Solo-Podcast vom 16. Dezember auf Spotify gehört. Werden die Solo-Podcasts nicht mehr auf YouTube hochgeladen? Das ist eine gute Frage. Doch, war das ja eigentlich. Aber in dem Fall auch nicht das Dötvergast. Was für eine Gelegenheit, dass wir aus deinen Muzzis mitbestimmen dürfen über deinen Merch. Ich finde nützliches cool, Dinge, die mich durch den Alltag begleiten. Hier sind meine Vorschläge, Wünsche. Badetuch, Einkaufstasche, Schlüsselanhänger, Schirm, Kugelschreiber, T-Shirt und Pulli. Vielleicht auch mal ein bisschen was farbig, da ich nicht die typische Schwarz-Weiss-Trägerin bin. Finde ich sehr gut. Müssen wir nur überlegen, was man denn da drauf tut. Also, zwei, drei Ideen haben wir schon, aber so auf einem Badetuch muss ich mir noch überlegen, was ich genau da drauf würde knallen. In einem Podcast hast du mal über Merch gesprochen. War das mit Traufer? So vorgezeichne. Ja, das war mir bis dahin gar nicht richtig bewusst, dass der Zuschauer ein Andenken an diesen Abend haben möchte. Kann ich aber voll zustimmen. Als Souvenir-Shop-Gängerin habe ich meine Wohnung auch voll mit Andenken an die Ferien. Mittlerweile fühlt sie sich auch mit Merch von Comedians. Nun freue ich mich schon auf den neuen Merch, bin gespannt, für welche du dich entscheidest. Ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis am 21. Februar. Liebe Grüße, Isabel. 21. Februar. Solo in Zürich. Erste, einzige und letzte Show mit dem aktuellen Solo. Stand auf im Berner Theater Zürich. Da freue ich mich sehr. Liebe Grüße, Isabel. Vielen herzlichen Dank. Sehr treue Loserin, Lügerin, Verfolgerin und Schreiberin. Und ich schätze das wirklich von ganzem Herzen. Bis am 21. Februar. So, jetzt der Kunt. Re, wie sollen sie denn heissen? Okay, ich sehe gerade, das ist eine Mail, wo die Person sich selber antwortet auf eine Mail von ziemlich genau vor dem Jahr, wo wir äh Namen gesucht haben. Für euch, ja, für die Hörer Innenschaft. Und da steht, Hallo Joel, ich höre deinen Feelgood Podcast, glaube ich, seit Folge 45 mit Dodo und habe keine Folge verpasst und fast alle nachgehört. Klammere, bei Marco Riemer habe ich abgebrochen. Anfangs habe ich mehr auf die Folgen mit Gast gefreut und ab und zu auch eine Solo-Folge ausgelassen, Klammere, später aber nachgehört. Ich habe mich jeweils darauf verlassen, dass wenn eine Folge rauskam, ich für ein bis zwei Stunden Hörstoff hatte. Es war sicher nicht wie eine Sucht, aber eine starke Gewohnheit. Umso mehr habe ich ab Juni vergeblich jede Woche auf eine aufpoppende Push-Mitteilung einer neuen Folge gewartet. Es gab zwar noch Reuploads, aber die halfen nur kurzzeitig. Die Sommerpause hast du dir sicher mehr als verdient und ich habe mich sehr gefreut, als Ende August dann wieder eine neue Folge rauskam. Das freut mich sehr. Wie gesagt, das hast du zum Glück auch schon so gemerkt. Die Sommerpause dort ist effektiv nötig gewesen und das kann ich allen Menschen nur empfehlen. Ab und zu muss man auch auf sich selber hören. Und es gibt immer wieder klare Anzeichen, wo der Körper und auch den Kopf einem schicken. Man muss es dann halt auch empfangen und annehmen. Und wo ich dort die Pause gemacht habe, habe ich gemerkt, so gerne ich den Podcast mache und so toller ist, ist so ein Wochenrhythmus konstant zum Teil auch wirklich ermüdend und dann verfehlt auch irgendwie das Ziel. Und das Ziel ist, dass ich Spass habe, dass die Spass haben und dass wir hoffentlich uns immer wieder connecten können. Und wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht mehr so ganz kann connecten, habe ich gefunden, ich muss mal halt schnell richtig ganz disconnecten. Und wir haben auch ein paar Änderungen hergekriegt, wo jetzt super funktionieren, dass ich das jetzt auch ohne grössere Pause kann machen. Ab und zu gibt es mal Reupload oder Solo-Folge oder so. Statter-Folge mit Gast. Die jetzt wird ja wie on top sein, die Solo-Folge. Und so ist jetzt wirklich toll. Wir haben jetzt einen fixen Aufzeichnungstag und dort machen wir ein bis zwei Folgen. Das heisst, wir produzieren ein bisschen vor, und das erleichtert so unglaublich viel. Früher habe ich zum Teil Folgen aufgenommen und nachher noch einen Auftritt gemacht. Dann haben wir zum Teil drei hintereinander gemacht. Und das ist auf einmal wieder knapp worden mit Gästen einladen und dann ist so, nächste Woche ist noch keine Folge da und das hat immer so einen konstanten Stress in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, das sollte nicht das Ziel sein. Grundsätzlich und erst recht nicht von einem Podcast, der Feelgood Podcast heisst. Und jetzt ist super, jetzt haben wir den fixen Aufzeichnungstag, ein bis zwei Folgen beim Vorproduzieren und also so viel Vorproduzieren ist es auch nicht, zum Beispiel die Folge, die ich jetzt aufgeladen habe, jetzt ist es jetzt hier oben, ja, jetzt muss ich noch einen Text einfüllen und dann geht das Ding raus. Die haben wir am Dienstag aufgenommen, am Dienstag und am Freitag kommt sie, aber wir haben schon eine weitere aufgenommen, die am nächsten Freitag kommt. Das heisst, ich muss auch nicht mehr jede Woche einen aufnehmen, manchmal habe ich eine Woche Pause und so kommt es eigentlich recht gut zusammen und ich nehme normalerweise am Dienstag auf und dort habe ich normalerweise keine Shows und das tut sich dann sehr gut ergänzen. Zurück zu der Mail, für die nächste längere Pause wünsche ich mir durch eine kleine Ankündigung in einem Solo-Podcast, damit das Warten etwas leichter fällt. Das verstand ich völlig, ich behaupte mal, es wird keine längere Pause mehr geben und wenn, dann würde ich es auch an kündigen. Es ist dort wirklich so gesehen, dass ich fand, okay, Notbraumsee, jetzt lernen wir es einfach so. Sehr gefreut habe ich mich auch, als die Folge mit Schweiz von den Comedy-Männern online war. Leider hat mich diese Folge dann etwas enttäuscht, da du nicht wie gewohnt souverän durch das Gespräch geführt hast. Es ging über weite Strecken fast nur darum, welche Hobbys er hat. Ich habe das persönlich sehr lustig gefunden, aber ich verstand, wenn man etwas anders erwartet. Dabei ist ein grossartiger Erzähler von Anekdoten. Irgendwie wirkt es, als hättest du grosse Ehrfurcht vor ihm, da er ja ein gestandener Podcaster ist. Nichtsdestotrotz finde ich, dass du einen super Job machst und Woche für Woche tolle Gäste hast, mit denen du ohne grosse Vorbereitung stundenlang ein Gespräch führen kannst und die Zeit nur so verfliegt. Wie gesagt, ich verstand, wenn deine Erwartung dort ein anderer war, ich persönlich habe das sehr lustig gefunden, weil gerade eben weil der Schweizer sehr viele gute Anekdoten erzählt, habe ich dort den Spass daran gehabt, einmal einen anderen Weg zu gehen. Das war nicht bewusst, sondern wie wahrscheinlich die meisten von euch auch schon gemerkt haben, gehe ich nicht gross mit einem Plan in so eine Folge, sondern ich vergleiche es immer mit Wellenriten. Man schaut, was für eine Welle kommt und dann schaut man, ob man auf der Riten kann und wie lang. In dem Fall sind wir fast nur auf der einen Welle gesehen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und freue mich auf einen 2023 voll neue und auch wiederkehrenden Gäste und auch Solo-Folgen bei dir im Podcast Liebe Grüße Michi. Vielen, vielen Dank Michi. Ich schätze auch wirklich so Feedback wie das mit dem Schweizer und so Zeugs habe ich dann auch ganz fein im Hinterkopf. Ganz fein im Hinterkopf bis so etwas. Ich behaupte aber, der Schweizer wird irgendwann wiederkommen und nehme an, das Gespräch dann wird wieder völlig anders sein. Das ist zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein weil Vater Dabu angesprochen worden ist ist auch klar spürbar gewesen bei ihm wo ich meine wo ich wirklich schon lange kenne und wir haben eine Folge gemacht die erste die kam wo wir ziemlich viel über die Musik an sich geredet haben und bei der anderen ist dann auch mal dort durch auf einmal reden wir über Kunst allgemein und auch die Einflüsse die die Pandemie hatten auf den kreativen Prozessen und so merke ich immer wie ein Gespräch in eine oder andere Richtung geht wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Widmer die 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 gerade raus kommt während ich das aufnehme raus gekommen ist wenn ihr das hört wo wirklich wo ich irgendwann das Gefühl hatte eigentlich haben wir jetzt gerade privates Gespräch aber so richtig also irgendwann habe ich das Gefühl ich hatte das Mikrofon und die Kameras komplett vergessen und ich sitze mit ihm bei einem Bier was wir auch schon gemacht haben so noch eine Nachricht mit dem Betreff Feel Gut Dein Podcast höre ich zur Zeit gerade und bei Feel Gut Folge 111 Sorry bin aufgestossen Verstand das nicht falsch aber auch zum Einschlafen los ich ich verstand es überhaupt nicht falsch ich höre meine absoluten Lieblings Podcast auch zum Einschlafen und dann habe ich einen Timer und ich gemerkt ich muss immer genau gleich lange einstellen weil dann kann ich wenn ich das nächste Mal wieder anfange kann ich genau zu der Stelle zurück 30 Minuten gehe zurück und merke dann so ok ich bin eher schnell eingeschlafen oder weniger und meistens höre sie dann im Auto Deine Stimme ist ruhig und sympathisch und der Basler Dialekt rundet ab das ist sehr schön ich finde es herrlich wie du oft am Anfang wenn du Muzzis begrüssig lachst kann das gut verstehen irgendwie klingt lustig es ist so weil tatsächlich zwei drei Menschen mich privat schon Muzi genannt haben und ich kann das immer noch nicht ganz abstrahieren in meinem Kopf dass wenn ich dann jetzt in dem Fall in so ein kleines Mikrofon rede mit so lustigen Puschel drauf und ich dann Muzzis begrüsse oder verabschied dass mit dem Menschen gemeint sind wo den Podcast hören also es ist zum Teil schwierig für mein kleines untrainierten Hirn das irgendwie zu abstrahieren es ist wirklich immer eine Freude dir und deinen Gästen zuzuhören und ich muss sagen vom einen und anderen Gast habe ich nach dem Podcast ein anderes Bild bekommen klammern zum Beispiel der Traufer seine Musik ist überhaupt nicht mein Ding und ich habe mich darum auch nicht mit ihm befasst hat er für einen schrägen Sänger gehalten der mich nicht interessiert aber durch deine Show finde ich ihn ganz cool Typ mit tollen Ansichten kann ich nur unterschreiben das ist das ist bei mir genau das schöne an dem Podcast dass ich immer wieder mit Leuten reden die ich sonst perifar sehe oder treffe oder wie auch immer und und man dann wirklich einfach kann den Menschen kennenlernen das macht mir persönlich mega Spass und finde ich umso schöner wenn das zu Menschen wie euch Muzzis da auch geht ich freue mich aussehnlich dass ich mit meiner Tochter am 26. zu Romanshorn dabei sein an deiner Show wir wären gerne zum Winter gekommen die Tochter wohnt dort aber das ist leider nicht gegangen darum freuen wir uns umso mehr das noch klappt mit einem Termin wo uns geht 26. Romanshorn wahrscheinlich meinst du Rorschach einfach dass ich es jetzt schon gesagt habe ich bin am 26. nicht in Romanshorn sondern in Rorschach aber jetzt muss ich gerade mal schauen wie noch das voneinander entfernt ist gehört das zu Romanshorn mache ich jetzt gerade einen mega Bock muss ich noch geografische Nachhilfe nehmen bis ich dann wieder in Rorschach spiele gerade mal schauen ok 17 Kilometer also es gehört nicht ganz zueinander und es ist sogar schon Romanshorn ist noch Thurgau und Rorschach ist St. Gallen siehst du ich lehre immer etwas dazu every day is a school day also darum sage ich es nochmal sehr gern ich spiele in Rorschach nicht in Romanshorn also berechnet die 20 25 Minuten Autofahrt Zugfahrt was auch immer noch ein damit auch rechtzeitig bei meiner Show sind aber ich freue mich sehr dass die kommen und dass es doch noch klappt letzte Nachricht mache ich weiter so mit dem Podcast ich freue mich auf jede Folge die rauskommt danke liebe Grüße aus Thurgau Anita jetzt sind wir durch vielen herzigen Dank auch Anita und wir sehen uns am 26. in Rorschach und ich bin sehr froh habe ich diesen Podcast gemacht sehr froh habe ich mich entschieden um halb eins am Morgen 20 vor eins das aufzunehmen weil ich habe die Nachrichten gesehen und fand ich würde so gerne die lesen und ich habe wahnsinnig Freude dass irgendwie aus allen Ecken der Schweiz die ihr mir schreibt so tolle Feedbacks gebt auch kritische Feedbacks ich schätze es ungemein bitte macht weiter dann wird es sicher noch die eine oder andere Solo Folge geben und wenn es so ist wie jetzt on top dann muss ich nicht eine Folge mit Gast die wir nicht haben können rechtzeitig auf Gleisen ersetzen sondern mache zusätzlich irgendwann noch eine Solo Folge so jetzt ist aber auch der Podcast wie gesagt hochgeladen ich fülle noch schnell den Text einfüllen und dann gibt es auch für mich für oben und euch wünsche ich wunderschönes 2023 wir sind schon ein paar Tage drin aber kann man trotzdem noch wünschen wenn man vergleicht wie lange ein Jahr ist 365 Tage und die Leute nach 4-5 Tagen sagen nicht sagt man nicht gut Neues dann ich so prozentual kannst du nach einem Monat noch ein gutes Neues sagen weil du hast dann noch nicht mal 10% vom Jahr man könnte ja auch bei den letzten 10% schon früher anfangen sich einen guten Übergang zu wünschen so wie im Oktober schon Weihnachtsbeleuchtung gekommen ist könnte man schon Anfang November sagen komm gut ins 23 komm gut ins 24 das aber nur so wie die Gedanken von mir darum ich wünsche euch wirklich ein ganz tolles Jahr und freue mich so fest dass ihr mich begleitet auf dem Weg mich begleiten dient das finde ich wirklich schön und ich schätze das wahnsinnig schreibt weiter loset weiter schaut weiter kommt an Shows wie gesagt meine letzten Solotermine mit Stand auf sind bis Ende März und viel mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen wir hören uns loset folgt mit dem Widmer falls ihr es noch nicht gemacht habt und nächsten freitag kann ich verraten Sven Ivanic auch sehr schöne Folge wurde alles Liebe habt euch gerne nur weil jemand der Meinung ist ist nicht automatisch ein Arschloch und das war's peace out vom Mutzi Obermutzi whatever Bye ter sj Untertitelung des ZDF für funk, 2017